Klimawandel geht es nicht. Scheiß political correctness. Ich darf doch noch wohl so, was ich will. Ich bin kein Rassist. Nee. Das geht da, das soll mir rum an Schule gehen. Tschö, geht doch durch. Umstammene. Annesch argumentären. Willkommen beim Umstammene, Annesch argumentären, dem Podcast von ASTM und zum Nahbeschbaum Klimabündnis Letzebüch an Radio ARA. An diesem Podcast geht es so darum, wie ein Stammdischparol kann smart, clever und souverän reagieren. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich bin immer ein Gast bei meinem Studio, mit dem ich viel spielen, wie eine Stammdischparole an den Raum geklagt wird, und wie er darüber kann reagieren. Du nur noch ein paar Minuten analysieren, mehr Reaktionen und probieren, eine Strategie zu entwerfen, was den du noch besser machen kannst. Aber wir im Studio haben heute für das Stammene, aus der Karel Lambert. Moin, Karel. Ja, moin, Cedric. Du warst den Chef, wenn ich so darf sagen, von A-Cabo Fair Fashion. Du warst bekannt schon lange, dass du dich eben an der Textilindustrie ganz gut auskennst. Ich bin natürlich nicht angelehrt, für eine Klamm zu machen für A-Cabo. Wo mir echter werde ich überlegt haben, wen also eigentlich gewinnt, dass Leute seinen Alternativ liebensweise, als in allem bei der Lomate Kleder, kritisieren, angreifen, dürfen nicht glauben, wie passt das besser auf der Stammene wie du. Ist das so richtig? Das ist schon nicht schlecht. Ja, genau. Da sind wir ganz nur drinnen. Da sind wir gespannt, wie du reagierst. Du kennst das Format, ne? Ja, ja, ja. Genau, gut. Okay, dann hast du deine Stammdischparole. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Kannst du auslegen. Okay. Aber du kritischierst ja immer, dass ich zu viel Kleder kaufen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz falsch. Keiner viel weiß, dass ich in der Begehe gut angestet habe und haben immer gerne die neuesten Maut. Aber was du mal gesagt hast, wenn man auch noch nicht mehr Kleder kaufen und nicht mehr noch Heinsdor als ein Neues in die Box kaufen, die man noch verfaschen hat, dann haben die ganzen Freiläte an die ganzen Arbeitsplätze in Bangladesch und so weiter, die du immer kritischierst, dann haben die gar keinen Arbeitsplatz mehr. Das ist wirklich besser. Ja, das ist ein guter Frage. Also, folgendes, das würde ich gerne, dann flott Kleder ist das absolut legitim. Das würde ich gerne machen. Ich meine, das ist zu den Standort einer westlichen Welt gehört. Das ist so, dass sie sich eben wohl scheinen Kledern und auch personalisieren durch seine Kleder. Was bringt das mit sich? Das bringt mit sich, dass die Kleder nicht irgendwo hergestellt werden müssen. Sie sind dann in Europa oder in Indien oder in Bangladesch oder in Pakistan. Ich habe nur direkt den Leuten, die ich weiß, dass wir sicher falsch werden, dass wir in eine Katastrophe gehen. Und dafür sind die Leute, auch in der Bouteille, die Leute kaufen, wenn man etwas zertifiziert ist. Das heißt, die Kleder und Stecker, die wir hier verkaufen, die sind dann gut entweder Fairtrade oder der GOTS, den Global Organic Textile Standard, zertifiziert. Das heißt, dass die Leute die Sachen herstellen. Weil das sind nicht nur Maschinen, die die Kleder bieten, und man hat dann so, ah, das ist eine Maschine, ein T-Shirt, gebitzt. Nee, das sind Leute, die man hier in Hand durchschaffen, und dann hin zu den grausamsten Konditionen. Und die Leute sollen einfach können davon leben. Die sollen hier Lohn kriegen, die sollen nicht nur den Minimum Wage von dem Land mit der Living Wage. Und das ist eben ein bisschen kontrovers, wo wir so, oder wo wir einfach löserlös wollen hinkommen, dass das alles ein Standard kriegt, den so zu verstehen, als wie, wenn ich hier zum Beispiel an der Stufkifte sitze, oder du sitzt hier, hin, und siehst bei mal, ah, eine Wäschmaschine ist fütti. Und dann siehst du, mal schrufen die nun, und da kommt ein Elektriker drinnen, und der sieht dann, ja, schon habe ich eine Wäschmaschine, ja, okay, eine Wäschmaschine ist fütti, die muss ich neu kriegen. Ich schicke einen recht den Land, den kennt sie sicher. Aber das sind den Elektriker selber, den sie sicher können, mit das sind zum Beispiel zwei kleinen Mädelscher von 13, 14 Jahren, die kommen auf der 5. Stag am Appartement, und du musst hier oben, und du siehst, wirst du da los, weil mir kommen die Wäschmaschinen sicher. Ja, mir kommt gerade auch von unserem Chef, wir sollen die Wäschmaschine sicher kommen, und da kommt den Winner, den hält dann die Wäschmaschine, also die zwei Mädelscher drohen die Wäschmaschine auf, sie quitschen sich die Fanger, sie lassen so nicht auf der Faust fallen, also drohen sie auf, bis bei dir, also drohen sie nicht, ob irgendeine Schachschmeise, drohen sie über die Straße rüber, also gehören sie an den Puppel. Das ist so, das kann doch nicht sehen. Aber das ist ganz genau das, dass die Standarten, die wir haben in unserer westlichen Welt, irgendwann kann ja Sodkritt tun, an Oberlöschkritt tun, das geht nicht, das kann er schaffen, es geht nicht, dass man einfach in Wäschmaschinen an den Berg schmeißen, der andere sagt, nee, das sind alles geregelt Normen, und die soll doch in der Textilindustrie gehen. Sie wird in Bangladesch oder in Pakistan oder in Indien. Überall sollen das Standarte sein, dass die Leute, die die Sachen bitten, an hier stellen, die sollen einfach Sozialstandarten, ökonomische, ökologische Standarten abgesagt kriegen, an sich auch durch und erhalten. Und das können wir ganz gut machen, indem wir zertifizierte Sachen kaufen. Zertifizierte, das war auch einfach, ich kann mal viel mehr leisten. Weil ich weiß aber, wie das in der Schule, wenn ich aber in der Schule genauso wichtig habe, dass ich alle die anderen Box habe, an all deren anderen Themen habe. Wenn wir nicht zwei Däschlagen haben, in den zwei Stunden, kriege ich nicht so durch, dass es so uncool aus ist. Und ich brauche einfach Sachen für zu wirsteln, und eine Jeansbox für 150 Euro kann ich mal nicht leisten, dafür kann ich mal drei Böger leisten, so nicht mal so. Ja, das ist auch richtig, das ist ein schönes Fall, auch zu heben, das ist ein andauerndes Diskussion mit denen. Das ist auch ganz schwer, aber das ist einfach die ganze Lobby von den Fast Fashion, die mega gut Pübel machen und ganz gut schaffen, muss ich nicht nur los sein, weil sie haben totaler Succes. Weil, wenn ich gucke am Lüste, Michael Rondange oder so sind es wo alles, auch was ziemlich uniform rund rumläuft, in der selben Mode will nur laufen, das ist schwer, das ist ganz schwer. Aber mittlerweile sind ich bei meinen Mädels soweit, dass das mich cool findet, nicht selber rund rumzulaufen wie die anderen, weil cool zu sehen, und selber schaustig wie die anderen. Was den Preis so geht, natürlich für einen Jeans für 25 Euro, das krieg ich auch immer gesucht, das hatte ich schon damals, ich hatte ja den Akabo-Bus, mit dem ich das Land gefahren bin, da war ich auch auf verschiedene Festivals und auf März, wo die Leute da rankommen und so, da habe ich gesagt, ich kriege für ein Gäbe, das kauf mir, das ist mir zu teuer, ein T-Shirt für 19,90 Euro, das ist doch nicht normal. Doch, das ist normal. Wir sind aber mittlerweile an dieser globalisierten Welt, an diesem Fast Fashion, an dieser Textilindustrie so weit gekommen, dass es nicht mehr normal ist, für sein Wurzeln bezüllen. Aber das ist das große Problem, und ich denke, ich muss ihnen sich ein bisschen bewusst gehen noch, dass es wirklich Leute sind, die die Sachen machen, und da wollen sie davon leben können, und normal leben können, nicht nur am Dreck leihen oder 80 Stunden vor schaffen, und ich weiß nicht, wir sind dort normal leben, mit einer Gewerkschaft, mit Tapehaus, mit Conjee, mit Krankengeld, mit Hayando, und das bringt alles mit sich, dass du ein T-Shirt nicht kann 5 Euro kosten, das ist eine ganz normale Rechnung. Ich denke, wenn wir hier für ein E-Frauen, kannst du mir ein Haus bauen für 50.000 Euro, dann geworst sie dir so, nein, das meine ich nicht, das geht nicht, und du kannst einfach rechnen, und das ist einfach ein sehr hoch für Preis, und das ist ganz normal, dass dann eine gute Qualität, und nur noch eine Fertfaitbox, dann 110 Euro kostet. Was ich einfach ein bisschen verstehe, das ist ja immer, dass eben die Sachen aus dem Bangladesch kommen, und das geht so pejorativ benutzt. Es tun wir aber irgendwo auch, ja, dann können wir immer gucken, wo ihr hier könnt, Trigema oder so, die Bekannten, das dann da schon produzieren, es gibt auch noch immer neue Reihen an Europa, die produzieren, an der Ukraine zum Beispiel, aber das sind ja auch Arbeitsplätze, wann ich wirklich nicht mich kaufe, bei H&M oder bei Z&R und so weiter. Ich will ja aber, dass in Bangladesch, die Frauen, die hunderttausende Frauen, die sollen ja wirklich auch nicht ihren Arbeitsplatz verlieren, das können wir auch nicht als im Antrieb sehen. Ne, absolut, absolut. Ne, und ich so noch immer, ich war noch zweimal in Indien, an der Textilie, selber gucken, auf den Platz, und mir ist auch gefallen, dass die Leute bereit sind, und auch darauf werden, Kommanden zu kriegen, für sie zu schaffen, und ich so mal, die Leute ausgebäut, Indien ausgeschlüscht, Afrika, wir gehen überall alles ausgeschlüscht, an Ausbeuten, an der Leute, wo man kommen, wo man bis zum Raum gehen kann. Und dafür fand ich, dass erstens mal, die Know-how aus an Bangladesch, oder an Pakistan, oder auch an Indien, von der Textilindustrie, das ist ganz groß, die Kotting, wie es zu haben, auch löserlös, geht ja auch immer mit auch auf Biokotting, gewisselt, was ja auch dann, projekte als Fertweiler, noch für Gott, die eben proberen, den Bauern zu helfen. Und ich fand das einfach, die Maschinen kann nicht mehr so klein sein, dass wir nur an Europa bleiben. Natürlich, an Europa sind noch viele erbliche Plätze, die müssen halb wieder bleiben. Aber was die Textilindustrie angeht, fand ich, dass wir sollen, die Länder, wo die Know-how, wo die Maschine sind, wo die Fabriken sind, denen die Chance geben, sich löserlös, einmal eine Übergangszeit zu akrabbeln, dass sie sich über ihre normale Standards in Europa schaffen können, und dann müssen wir helfen. Wir können das nicht einfach nicht mehr so, aber wir produzieren auch nicht mehr in Bangladesch, auch nicht mehr in Indien, da gehen die Länder bankrot, da sind die U-Männer. Und das ist auch nicht sozial gerecht. Das ist ein langes Dedikat, das passiert, das nicht mehr Kriterien sind. Also das ist nicht ein Kriterium, das nicht mehr. Also wir müssen ganz gerne berät auch sagen, aus Indien, wie ich so, ich weiß, dass wir immer da, und sie bieten uns schon mal darum, dass wir bei ihnen produzieren lassen, dass wir bei ihnen ankäufen. Für das können sie endlich die Wissen machen, vom konventionellen Kutting auf die Bio-Kutting. Die Bio-Kutting gibt man auch einen Ertrag, wie den konventionellen und den Spritzen. Das werden die Leute für bessere Konditionen daran schaffen. Natürlich, und lösenlos wird die Umwelt sich dann auch irgendwie ein Rimm akkrieren, dass die Länder auch Rimm können normal leben und schaffen, so wie wir auch das Gewinn sind. Aber vielleicht brauchen wir dann, sie brauchen da vielleicht nicht mehr so viele Exporten zu machen, wir können sie überleben. Das heißt, sie müssen sich selber können rubschaffen. An diesem Fass, da müssen wir auch helfen. Das ist doch nicht viel zu sagen, wir kaufen noch nicht mehr da, dann haben wir nicht geholt. Dann haben wir wirklich nicht mehr rausgezogen, bis zum Moment, wo es geht, aber dann lassen wir es allein wurscheln. Und das war nicht der beste Weg. Ich habe schon in Deutschland studiert und du gehst durchaus so Kulturwissenschaftler, so Hipsteren und so weiter. Und ich war nicht auf der Fakultät und du hast immer der Klischee verbreitet gehen, ja, wenn du so willst ausgesehen, genau, dann kaufe Biokläder und so weiter. Also das war schon der Klischee, dass du dann nicht so ausgesehen wirst, eben Succesum machen. Ja, das war für uns zehn Jahre auch nochmal der Fall. Effektiv, dass die ganzen Biokläder alles ein bisschen Müsli ausgesehen haben. Das ist aber absolut gar nicht wie der Fall. Wir haben Streetwear, Hoodies, Jeans, ganz normale T-Shirts. Das ist auch gut, dass die Kinder nicht gesagt, das soll auch so sein. Und was doch gut ist, dass zum Beispiel das auch mittlerweile immer mehr Grund zu fassen, die irgendwo die anderen Marken dranhüllen, die auch Bio und Fertweite schaffen. Das fand ich auch ganz gut. Anders fand ich auch gut, dass die Leute zum Thema Kommas, dass die Leute davon sprechen, für Fertweite oder Organik Kleder. Das war auch lange nicht der Fall. Es war immer eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sich immer mehr groß zu gehen und es geht immer mehr aufgeholt, weil die Maut auch passt. Das ist nicht wirklich das Okay, ich denke mal drüber noch, was du gesagt hast. Mal ganz gerne. Okay, Karel, ich finde viel, also ich kann direkt zuhören, ich finde viel, du müsst das mal da. Genau, ja, ja, ja. Das ist extrem, das ist das andere Gesprächspartner, die ich hatte, das ist einfach so, du argumentierst all da in dem Bereich. Viel, viel, ja, ja, also das mache ich das, also ich bin permanent Klienten, die immer immer selbst froh sind, was hilft der Welt anstatt zu kaufen. Ja, Bei dieser Klientel sind ganz viele Klienten, die kommen ran, die wissen für was sie dahin kommen, das so keine Laufkundschaft die lernst und die röckend die sichern. Aber am Bus habe ich ganz viele Diskussionen mit Leuten was helft da und wo könnte das was in Bangladesh oder so. Da sind ich okay, das kann das machen es mit du als firma die berät den Leuten zu bezahlen und du hast eine firma die will den Schwung machen dass sie endlich können Geld verdienen und nicht Profit rauszahlen oder ich mache Profit hinschippen und das permanent Leute nicht die Verzeichen das ist nicht unbenehm Informationen zu geben ob sie die kaufen oder nicht das müssen sie auch selber treffen Seist du dich als Aktivist an dem Bereich Ich bin nicht Aktivismus als Business Das ist der negative Punkt von allen Gründen die man verfaschen zu dienen Ich kenne Deutschland die sind immer wir sitzen an einem Boot und ich verstehe wenn du siehst die Klärung verkauft Männer dann musst du Männer im Satz und das ist auch nicht den Sinn Aspekt davon und ich habe jemand in Indien geschwärt der sagt du hast die Sachen gekauft und wenn du die Sachen gekauft hast du schon dem Produzent respektive alles geholfen dass du sie gekauft hast dann habe ich Business zu machen und Sachen zu verkaufen ob ich will nicht dass was generation noch kennt wird von summer collection vanter collection Heinz nach frähaus collection das war das schon ein luxus genau das was besonderlich ist und das hat mag wie Sarah eigentlich 18 bis 20 kollektionen pro jahr hat das permanent gewisselt wird dass das Phänomen aus dem wenig logik wird außer Kapitalismus logik das just wüsste man an Profit also Umsatz machen genau da muss ich nicht erklären dass fast fashion betrieb das ein künstler betrieb ist das zollte gesetze ganz europa gekippt sind dadurch as europäisch permanent zoll zu machen das permanent praktisch in den kaufrausch genau das ist halbzeit beim fast fashion das permanent neue biler mit neun outfit tun an dem nächsten moment hängt ein püppern an so dann klären ich noch wie wir püppern an alles weil wir gucken püppern nicht so an daz do händisch kre me kucken aber das ist lohr neun ist und dann ist natürlich auch ganz viel greenwashing bei der ganze sache dabei die großen marke die wissen noch dass lohr nicht da abgeht organik fair trade and so weiter aber ich fand trotzdem dass das auch die große löse müssen die wechsel machen dass es auch an die richtung bei denen geht auch wenn sie wollen wirst machen auch wenn sie will profit machen mit organik an fair label wie wenigstens die die produzeren auch klangen und die gefahren ich wollte euch gerade das froh weil das mir aufgefallen in letzter Zeit wo in letzten 2 3 johnebe groß firmen die hohe gefangen dann neue zertifikate anzubehren anzukaufen da war immer ein bisschen ambivalent dazu weil die will trotzdem schnell verkaufen das nehmen ein weiteres Produkt auf der Seite ist es auch wie den anderen T-Shirt für 10 Euro weil die Leute dafür 40 Euro für 90 oder so den typischen Preis du sagst das nicht ganz nimmel kritisch ne 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 also ich fand es gut klientel gibt mehr aware wenn sie an der Boutique kommt und gesehen du hast etwas geringes zu hängen normal das ist ein geringer Logo oder so das organic cotton und packen sie das das fühlt sich super gut tun weil das keine mischung zwischen deal ja zum deal aber nicht einer leid so ein fair trade dann ist alles organik das ist auch nicht richtig also das geht auch nicht so klar bei den Labeln das ist schwer mit den ganzen vielen Labeln die die gibt viele Marke machen sich auch ihre eigenen Label und das gibt auch passen also verschieden das ist die GOTS die internationale große Zertifikation an Fairtrade Kotting die setzen die Standarde fest die sozial ökonomisch und ökologisch ganz heilig gesetzt sind aber alle andere gibt es schon ein bisschen passen du kannst gerne an die Boutique gehen aber ich denke wenn das ist das Personal auch beschehen da könnte es gehen mit die wissen das ist das Problem und dann ist greenwashing wie wirklich Standard verändern ein bisschen persönlich froh ich gucke ganz was so lebt und das mir gefallen lässt Jürgen auch die Influencer die auch so organisch und vertreten klären bewusst modisch operieren genau in dem selbischen Stil meistens als ein Blumen oder ein Avocado etwas thematisch zu ermolen aber im selbischen Stil wie die große Fashion können machen mit Fast Fashion sagst du das auch als positive Entwicklung dass es auch akzeptabel geht dass sich die selbe stehen wie normaler Fashion also ich denke schon dass man irgendwo irgendeine Pläcke schon drin kommen also man wird das schon als immer will und do an jüdiger will sich irgendwelche kleder personalisieren die medien manner an der kaufrausch wird auch immer bleiben die ganze ekonomie muss auch umdrehen bleiben aber das einfach wichtig dass auch ein T-shirt präsentiert die sind auch schon an den großen zu fassen da sollen sie auch Chance kriegen den so zu promovieren dass Leute nicht das logo gesehen mit dem T-shirt als solches sondern so ein T-shirt den die gefällt mir und die kaufen mal und dann du heimreichst wenn sie das Etikett gesehen hat den das Fertweil zertifiziert es soll nicht das Fertweil zertifiziert dass es gekauft es soll auch gefallen und das sowieso bei der Mut immer den Fertweil Epsil Kaffee und was dann am Schaf hängt dann kein Scher Luft genau es geht drittens es muss gefallen und das ist natürlich auch dann mit den flotten Pippen die dann die Brands machen was sich erleben weil ich kann man zum Beispiel machen Angels ein Deutsch macht die von Köln kommen die sich mega rup geschafft und richtig groß gesehen und dann ich frage gestalt wollen so groß gehen ist da wirklich die Wurst wichtig also es richtig ein Business hin geht voll die Business hin geführt und ich wollte das gerne noch von ihnen wissen an sie haben gesagt wir sind so weit wir wollen nicht mit den Öko shops hängen also ist wichtig dass auch einer Klient die macht keine lehren und soll das Denken vielleicht ein fiel rufen weil sie dann mal an an den Grab kriegen und sich ah tja geht auch bei den Kledern nicht bei den Bananen fährt weil das ist wichtig an sie wollen so weit kommen dass sie können hier fabriken in bangladesh und auch in indien können opmachen und dort ganz hand können die Leute die schaffen kommen auch dementsprechend hier lohn kriegen für auch dann den Inder an den Pakistanern und auch die ganzen anderen lern zuweisen hat geht das möglich dass wir können produzieren das die kann von lehven als fabrik weiss dass es geht mit ihr doch so zum Schluss noch auch als Aktualitätsgrinn einfach wie stehst du zu der Perls jeder Diskussion die Lohren natürlich extrem abkommen ist weil du an Dänemark 17 Millionen Nerzen gekillt gesehen du mich extrem gewundert dass die nicht wussten dass Dänemark in dem Bereich europaweit absolut spitz dass du praktisch alles was immer bei vielen Mänteln gesagt die Klangen Pelz und dass den eigentlich Nerz an Europa Könnt was sagst du für Entwicklung wie ist deine Haltung dazu ich will nur mal sagen wo das gut aus Pelz also Pelz auch nicht oder oder Lieder immer nach die Mäntel die ist das aber auch deutlich kommen weil Linn als Mann bestritten hat an Boutique selber auch Vegan ist und Felix auch den nicht gerade Vegan ist aber immer mehr Menschen auf die China rief geht und ich auch mal mehr Gedanken machen ich komme vom Biobauer ich komme von einem Baubetrieb es ist ein Baure jung bei Skoffelma Fleisch mein Bruder hat Betriebe überholt und das tun Gewissheit von konventionell Biobetrieb und das aber schon 25 Jahre hier das ein Betrieb am Land gewischt und was ich fand tun ist wir haben eine Gucke Leder und noch Gucke Pelz sowieso Pelz weil wir nach Wohl und die Wohl die Produzenten auch wegen Wohl Last hat Wohl produziert Wohl es Musik bei den Schauf nach Gemäld das wo sie an der Schwanz praktisch Schneide gehen weil sich da ein Micken drinnen setz sind mit es kann auch dass die Schauf schon über Ziechen an es geht auch nach ganz normal Schauf Farmen die auch produzieren beim Leder also kann ich auch gegerbte Leder kriegen ich meine Leder sind immer ein Naufallprodukt gewischt wenn was geschlüsselt geht für mich wäre ok wenn ich weißt dass entweder eine Produktion von oder respektiv das eine Ehrgerechte Handlung von Farmen wo das alles her kann also ich sind die 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 wollen gewinnen oder so ich weiß dass sie vom show was aber wir ganz viele klären die die toten Frauen wollen vegan kleden und ein Prozent der wollen das nicht wollen das ist für mich ganz akzeptabel aber wir probieren noch immer mehr davon raus zu kommen Pelz du hast für dich keine Argumentation die Pelz als irgendwie Pelz ist normalerweise bei den Menschen die nicht produzieren das ist gezielt für Pelz aber das ist ein No-Go ich finde es nur Produzieren oder wissen was für Pelz an einem Käfig sitzen ich finde das so ein Statement du sie bei jeder bei Wol kann noch diskutieren muss informieren alles wie bei Pelz oder du wirst nie ins Zertifikat gehen dass man gut und wirst keinen Pelz kaufen ich weiß nicht das ist nicht froh ich nicht gesagt weil es ist ein ganz klar was Pelz geht schon lange das schon lange die Leute kommen mittlerweile aber ich weiß ich weiß vielleicht nicht aber vielleicht aber noch immer die ganze Pelz gehen effektiv die kleinen Stecker Pelz die in der Jacke hat das ich wusste auch nicht bis die Nächsten alle müssen geschlüsselt gehen das hat europäische Produktion und das hat horrend viel Sinn das kann nicht Sinn dafür sind ich immer froh dass wir das Produkt auch kein Anbote können gut okay dann ich vielen 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 bis die erinnert dem Titel Klima argumentieren angesagt ihr könnt die aktuell voll und stammen auch immer auf der Website Radio Lara leucht an roh führen ihr fand das auch auf Spotify und andere gängige Podcast drin und dann los auch gerne eine Bewertung ASTM fand ihr auch Facebook und Instagram und natürlich an astm.lu froh und kommentare zu aktuelle Sendung könnt die gerne riechen und Truner Think Global Act Local und dann nach